Von den Alten gehen wir uns so, das sind alle leise Mumpf. Manche interessieren sich nicht so für Spiritualität und mehr für Bufu. Da ist so, dass manche machen lieber Gymnastik und machen damit Kampfsport und werden dann für den Kampfsport in eine andere Leistungsgerechtigkeit gebracht, nicht in die Investigative, sondern in die Interventive. Wenn man dann eine Fabel benutzt, dann versagt einem die Fabel den Willen oder ist nicht so von der Intelligenz zeitweilig nicht begnadet und das ist man selber ja manchmal auch nicht. Dann macht man Grundform. Und wenn man dann Grundform macht, dann wird einem die Fabel wiedergefügig. Das ist ein altes Lied. Und das ist ein Lied mit extrem viel mehr Kapiteln als Vernunft und Geschichte. Und nochmal das Kerke-Dau-Studio von Kerke-Dau. Für Kerke-Dau natürlich.